Hallo und herzlich willkommen bei Gripscoach.TV. Ich bin der Gripscoach und heute geht es um die mündliche Prüfung Kaufleute für Büromanagement. Und zwar die drei größten Fehler, die du vermeiden solltest, wenn du ein Fachgespräch mit maximalen Punkten rocken möchtest. Also hingesetzt, angeschnallt, aufgepasst. So, sehr oft bekomme ich die Frage, Mensch, Gripscoach, sind die 100 Punkte drin? Ja, sie sind drin. Hier als Beispiel, die Lena, die Lena hat es geschafft, nicht nur das Fachgespräch mit 100 Punkten zu rocken. Und zwar hat sie dann mit meinen Kursen gelernt für das Fachgespräch, hat sich unter anderem auch den Kurs gekauft für Assistenzsekretariat und hat Assistenz und Sekretariat gerockt mit 100 Punkten. Nicht nur das, Lena ist auch noch Bezirksbeste geworden, der IHK Lübeck. Schau mal, hier hat sie es mir geschrieben, über Instagram, hey, ich wollte dir meinen tollen Neuigkeiten berichten. Dank dir bin ich Bezirksbeste der IHK Lübeck geworden. Natürlich hat die Lena gelernt letztendlich. Ich bin nur der Trainer, der euch zur Tränke führt. Mehr mache ich ja gar nicht. Ihr lernt selber und ihr dürft stolz sein auf euren Prüfungserfolg. Egal, ob es eine 1 oder eine 2 ist, auch wenn ihr mit einer 3 glücklich seid, ist das auch völlig okay. Okay, und die Lena ist auch Bezirksbeste geworden oder Landes- oder beispielsweise im Fall Prüfungsbeste der IHK Lübeck. Mit insgesamt 96 Punkten hat sie die Prüfung gerockt. Und was Lena geschafft hat, könnt ihr theoretisch auch schaffen. Natürlich solltet ihr in eure Bildung investieren, euch gut vorbereiten und auch, was ich euch beigebringe, Schritt für Schritt entsprechend umsetzen. Also wenn du auch 100 Punkte rocken willst oder zumindest eine sehr gute Note im Fachgespräch, hol dir den Workshop. Für das Fachgespräch, für 8 Wahlqualifikationen, inklusive natürlich Videos, über 40 Musteraufgaben, aber auch Reportchecks. Das heißt, wir sagen dir, was dich die Prüfer fragen können auf Basis deiner persönlichen Reporte. Drinnen ist auch noch eine exklusive Facebook-Gruppe, wo du alle deine Fragen stellen kannst zum Fachgespräch. Aber auch natürlich alle anderen, die jetzt da in der Gruppe sind. Wir motivieren uns gegenseitig. Und das ist enorm wertvoll, weil das Umfeld entscheidend ist für deinen Prüfungserfolg. Dass du dich mit Menschen umgibst, die auch wie du die 1 bis 2 rocken wollen, mindestens eine sehr gute 3. Es muss nicht immer die 1 und 2 sein. Das soll aber das große Ziel sein, weil es wäre überdurchschnittlich gut. Und deswegen natürlich auch in dem Fall hier die 100 Punkte. Besser geht es ja gar nicht. Also, hol dir den Workshop unter workshop.gripscoach.de, workshop.gripscoach.de und hier bekommst du nämlich auch die Gruppe inklusive der Reportchecks und auch neue Inhalte. In der Caption habe ich es auch nochmal verlinkt entsprechend. Also, weiter geht's. So, schau mal, was habe ich da für dich? Und zwar, wir bringen mal mit der Ignoranz der vier Phasen. Das bedeutet, sowohl bei der klassischen Variante wie auch beim Report werden die Phasen oft außer Acht gelassen. Sie lauten nämlich Planung, Durchführung und Begründung der Vorgehensweise. Das heißt, warum du dich so entschieden hast, das so und so durchzuführen. Die Rahmenbedingungen, Gesamtzusammenhang, Kontrolle, Bewertung der Ergebnisse. Das gilt sowohl für den Report als auch für die klassische Variante. Beim Report ist das sehr oft der Fall, dass da sehr viel unter Durchführung steht, aber kaum was unter Rahmenbedingungen oder Kontrolle. Das sollte schon ausgeglichen sein, das Ganze, damit sich der Prüfer auch ein Bild machen kann. Das gleiche gilt auch für die Lösung der klassischen Aufgabe, die ich auch ganz genau erkläre in meinen Online-Kursen als auch im Workshop fürs Fachgespräch, wie du ganz genau vorgehst, um deine Lösungen in diese vier Phasen hineinzusortieren. Das heißt, auch hier erlebe ich immer wieder, dass zum Beispiel die Prüflinge bei der klassischen Variante sehr viel zur Durchführung schreiben, beziehungsweise präsentieren, ist eine mündliche Prüfung, aber kaum etwas zur Kontrolle oder zu Rahmenbedingungen. Auch hier, wir Prüfer müssen alle vier Phasen bewerten, das können wir aber nur, wenn du genug reingepackt hast. Deswegen habe ich hier auch nochmal geschrieben, weil es so wichtig ist, oder noch ungünstiger, sie fallen ungleichmäßig aus, beziehungsweise passen nicht zueinander, zum Beispiel extrem viel Inhalt bei der Durchführung und kaum Infos zur Kontrolle, Bewertung. Also achtet da einfach drauf, damit das gut entsprechend auch von den Prüfern bewertet werden kann. Fehler Nummer zwei, Emotionen außer Kontrolle. Ich habe schon unfassbare Sachen erlebt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Eine Dame, die kam zur Prüfung, die war puterrot, hat geschwitzt, konnte uns auch nicht anschauen, hat uns auch gesagt, ich bin zu aufgeregt, ich kann ihnen nicht ins Gesicht blicken. Okay, wenn man es vorher sagt, kann man damit leben. Aber du musst vorher in der Lage sein, erstmal dich gut vorzubereiten auf mögliche Prüfungsfragen, Prüfungsaufgaben, aber auch, dass du deine Emotionen unter Kontrolle hast. Das heißt, damit du nachher gelassen und ruhig da sitzt. Ich habe bisher nur einmal, ich habe hunderte Prüflinge geprüft, bisher nur einmal 100 Punkte vergeben. Und dieser Herr war ruhig und gelassen. Der war kein bisschen aufgeregt, der war abgezockt. Aber alle anderen auch, die eine 1 bekommen haben oder auch eine gute 2, die waren alle ruhig und gelassen. Die waren kein bisschen aufgeregt. Und die, die aufgeregt waren, waren meistens die, die durchgefallen sind durch die Prüfung. Nehmt zur Folge, beschäftige dich mit Mentaltraining, wie ich es auch in meinen Kursen entsprechend euch erkläre, was ihr da genau machen könnt, damit du nämlich gechillt bist, wenn es darum geht, nachher dein Fachgespräch zu holen. Und bedenke bitte, die Gewichtung ist hier enorm hoch mit 35%. Du kannst ordentlich was reißen, wenn du hier wirklich maximale Punkte holst. Wenn du gestresst bist, wird dein Großhirn durch das Reptilien-Gehirn geblockt. Großhirn, dort ist dein Prüfungsstoff entsprechend abgespeichert. Reptilien-Gehirn kennt nur Flucht oder Kampf. Das kennt, deswegen haben wir es ja auch geschrieben, das kennt nur Flucht oder Kampf, das Reptilien-Gehirn. Das mag früher nützlich gewesen sein, als wir noch gegen wilde Tiere kämpfen mussten oder uns verteidigen mussten oder einfach abhauen mussten. Gegen Tiergast natürlich keine Chance. Du musst noch schneller sein als der andere. Aber heutzutage, wir haben das immer noch bei uns entsprechend im Kopf, dieses Reptilien-Gehirn. Aber es ist ein Bestandteil des Gehirns. Aber es verursacht heute nur noch Blackouts. Früher war das super. Da macht es ja keinen Sinn, Formeln auszurechnen, während du auf der Flucht bist vor einem Tiger. Heutzutage machst du dir selber diese Angst, die in der Regel unbegründet ist, aber das gleiche System greift hier. Das heißt, dein Reptilien-Gehirn wird blockiert. Du kannst keine Prüfungsaufgabe lösen. Deswegen solltest du dich wirklich lernen, dich zu beruhigen mit Mentaltraining, damit das nicht passiert. Zu guter Letzt von falschen Tatsachen ausgehen. Viele begehen ein Irrglauben. Zum Beispiel, wenn du die Report-Variante hast, dass viele denken, die Prüfer dürfen nur Fragen stellen zum Report oder über die Reporte. Nein, das ist nicht der Fall. Hier ist die Quelle für dich. Schau mal. Die Prüfer dürfen auch Fragen aus der zugrunde liegenden Wahlqualifikation stellen. Natürlich sollten sie Bezug nehmen zum Report-Thema. Also das ist klar, macht ja keinen Sinn sonst. Aber es gibt ja solche Schnittstellthemen und darauf dürfen die Prüfer Bezug nehmen, sofern diese Themen zur Wahlqualifikation passen. Hier ist die Quelle. Ausgehend von der gewählten Fachaufgabe und dem dazu erstellten Report entwickelt der Prüfungsausschuss, das sind die Prüfer, die da sitzen, für die zugrunde liegende Wahlqualifikation, das fallbezogene Fachgespräch so, dass die in Satz 1, Nummer 1 genannten Vorgaben nachgewiesen werden können. Quelle ist hier, Paragraf 7, Ausbildungsverordnung, Kaufleute für Büromanagement. Wir haben ein Gespräch, ein Dialog über ein Fachthema, was fallbezogen ist. Wir haben einen Fall, eine Situation, eine Ausgangssituation, das ist die Prüfungsaufgabe. Und darum geht es hier. Und deshalb empfehle ich dir, dich sehr gut darauf vorzubereiten. Das gilt natürlich auch für die klassische Variante. Du bekommst da zwei Aufgaben aus einer Wahlqualifikation, aber auch da darf der Prüfer nicht nur Fragen stellen zur Aufgabe, sondern auch zur zugrunde liegenden Wahlqualifikation. Immer Bezug nehmen natürlich zur Wahlqualifikation. Alles andere macht da gar keinen Sinn. Deswegen ist mein Tipp, sich wirklich komplett auf deine Wahlqualifikation vorbereitest, damit du auf eventuelle Fragen oder diese Aufgaben in der klassischen Variante hervorragend vorbereitet bist. So, zu guter Letzt habe ich noch für dich eine Überraschung. Und zwar, ich schenke dir eine Musteraufgabe für 0 Euro. Und zwar lade ich dir jetzt eine Musteraufgabe für 0 Euro hier runter. Muster-Aufgabe.gipscoachiv.de Muster-Aufgabe.gipscoachiv.de Natürlich, wenn du das richtig krassen Zeug haben willst, hol dir den Workshop. Wenn dir da zu teuer sein sollte, dann nimm zumindest einen Online-Kurs für deine Wahlqualifikationen. Bekommst du andere Dinge nicht inklusive. Wieder ist kein Live-Training mit dabei, keine Facebook-Gruppe, keine Report-Checks zum Beispiel. Aber besser als nichts. Denn wichtig ist, dass du dich gut vorbereitest, damit du auch dein Fachgespräch, vielleicht wie Lena auch mit 100 Punkten hoffst, oder viele andere auch, die auch 100 Punkte geholt haben, im Fachgespräch Willemann hat zufrieden in erfolgreichen Kunden. Über 11.000 seit 2016. Also ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg für dein Fachgespräch. Alles Gute. Rock it.